So, dann sind wir wieder zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Nach dem erfolgreichen Hinspiel eigentlich. Wo, 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 wo! Nein! Ja, auf jeden Fall, die war erfolgreich. Das war unser, unser erstes Mal, Madden. Unser erstes Mal. Nein! Oh, du skitzst. Puh, ach! Äh, so warten wir. Ja, bei unserem ersten Mal lief's gut, jetzt schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Da sind wir, die spielen auf jeden Fall zusammen, so wie es aussieht. Ah ja, die spielen. Ich war noch dran, die Ratte. Noch ist nichts verloren. Natürlich nicht, aber trotzdem ist es nervig. Hol ich mir? Ich weiß nicht, sind wir bisher schon mal hinten gelegen? Ne, gell? Ich weiß auch nicht. Wir haben vorhin ja mal eins verloren, ne? Ja, ja. In der vorherigen Folge. Aber wenn wir gewonnen haben, haben wir geführt, ja. Das Mal geholt man das Ding aber auch. Die kommt, aber der ist da. Ja, der ist da. Ja. Zu wenig Boost gehabt. Der Boost ist weg, das ist scheiße. What? Okay, das sind andere hier. Ach, ich muss nicht rausfahren dürfen. Anderes Pflaster. Oh, aber siehst du auch schon, wie er den kickt. Das ist schon... ...ne gute Sache. Oh. Oh. Schön. Ah, nicht so schön. Das hätte eigentlich aufs Tor kommen sollen. Ob sie mal raus. Ich geh. Jo. Ah, ich bin zwar in der Mitte, aber ich habe nicht viel Boost. Geil. Kommt eh nicht. Schnappt, dass ich den Boost, ey. Und der Nächste ist auch weg. Jetzt ist er da. Musst du nochmal, ich bin nicht da. Oh doch, jetzt komme ich. Shit. Oh. Sorry. Kack voll. Alles klar. Ja. Ja. Ah nein. Ah nein. Kommt. Ah. Fuck, der verarscht hat mich halt hart. Schön. Schön. Ja. Nochmal deine? Ah, die hat er. Jetzt hab ich keinen Boost mehr. Ja, bringen sie ruhig in den Mittelpfeil. Nein, die bringe ich halt auch falsch. Ah, in so nem Spiel musst du halt auch mal so nen Ding treffen, ey. Ah, ist das so knapp? Ja, Mann. Das sind jetzt diese Konter, die du hier eben fängst. Ja, ja, klar. Ja, die spielen das Ding nicht schlecht runter. Nein! Oh Gott, was mach ich? Ich glaube, jetzt wollen sie uns zeigen, was sie uns alles können. Gerade eben sind sie nicht mal mehr gefahren. Oh, das ist wieder ein Konter. Macht er nicht. Shit. Ja. Ja. Raus das Ding. Hast Zeit? Rein, rein, rein. Das war eng, ey. Das war gar nicht so einfach, wie es aussah. Erstmal den Ball hier richtig runterzunehmen. Ich hab schon gedacht, der verspringt mir da und dann da nochmal. Ah ja, rein. Jawoll. Schieb dich weg, der Hund. Hat er mich dreimal oder so weggeschoben? Oh, 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 die kommt. Bin ich da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ah, 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 ah. Nein, ich hab wieder keinen Boost. Schön. Nein, nein, so ein Schuh dabei, oh, sorry, sorry, Martin, fuck, hab ich schon in der Luft, hab ich es total verballert, und jetzt fangen wir natürlich das 4-1, ey, schön, what a Kippur, habt ihr es gehört, what a Kippur? Ja, nice, oh, da kommt wieder einer, angesegelt, Mitte, 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 oh, er checkt mich, jetzt nochmal, jetzt, ist da, ist da, nein, ah, knapp, 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 Ah, Mann, ey, die blocken mir aber auch alles, schweine Bank, oh, die checken mich alle um, wir spielen es gut, die lassen uns halt nicht einmal in ihre Hälfte kommen, schön, jetzt kommt er, jetzt muss dran, Ah, da ist gelandet, nehm ich, aha, jetzt drehe ich aber durch hier, oh, Gott, Ah, der andere ist schon wieder da, Mensch, Schön, die ist noch warm, ah, die ist noch warm, gut gespielt, ja, okay, war in Ordnung, äh, war in Ordnung, also, Waren auf jeden Fall keine schlechten Gegner, Alter, Alter, ich hab hier ne, was, ne Kiste hast du? Ja, ja, dann ist meins natürlich schlecht dagegen, Ich hab hier ne Antenne bekommen, Jetzt ist ne, ne, mal erst mal, Ja, da lassen wir die Leute wieder teilhaben, Ich hab hier, was, schon wieder ne Liga runter, ich glaub, die wollen nicht fahren, Die sehen, die sehen nicht, dass ich die öffne, Ja, wir lassen die natürlich teilhaben, dem wir jetzt denen sagen, Weil, ich hab ja vorhin in der letzten Folge erwähnt, dass du immer Loot-Glück hast, und ich nicht, Ja, wir nicht, das werden wir dann sehen, Ich hoffe, dass du recht behaltest, Ja, ja, ich nicht, Du siehst, ich gönn dir das total, Ja, ja, wenn man solche Freunde hat, ne, dann braucht man keine Falten mehr, Ja, ja, Okay, meiner, Soße Oh, sorry, Martin Sorry Ich muss mir echt angewöhnen, diese scheiß Ballkamera Auszuschalten, wenn ich auf nen Boost zufahre Das verwirrt mich dann immer so Jetzt, Deiner! Ah, der verkackt's auch Ja, ich wusste nicht, dass er... Ja, ich wusste nicht, dass er... Einer kommt dran, du musst dran Fuck, die sind schneller als wir Schönes Ding! War gut, war richtig Oh, da musste ich ran, irgendwie Ja, war stark Oh, der Hund Der Hund Ja, nice! Ja, nice! Oh, der Hund Die kommt Ja! Nein! Nein! Es gibt's nicht! Oh Mann! Also, ihr merkt auf jeden Fall, die Emotionen sind voll dabei Ja, absolut, Mann! Es ist immer ein Rock-Headling! Aber meine Nachbarn beschweren sich hier bald, wie ich rumbrülle Ja, meine bestimmt auch! Ja, aber das müssen sie verstehen, das ist ja im Prinzip wie ne WM für uns hier Da geht's um alles Da geht's um mehr als alles Da geht's um mehr als alles Es ist nicht nur ein Spiel, da geht's Ja, noch ist keine 10 Uhr, noch dürfen wir rumschreien Kann keiner meckern Sorry, wir haben Rocket League gespielt Oh, oh, ich hab keinen Boost Ich wär da gewesen Okay, Achtung Sei bei dem Ball da! Nice! Ja! Ja! Oh! Konter, wir fahren Konter, fahren die Mitte Ah, ich bin zu schnell Oh! Der kommt zu steil Oh scheiße Hab ich? Oh, die kommt gefährlich Ich fahr nach hinten Nein! 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 Oh, das darf nicht wahr sein, ey! Da bin ich schon zu weit Guck mal! Er mich schiebt da Vollgas nach vorne Da heiz ich einmal durchs Feld, ey! Gerade ins Gegner Tor geschoben Aber das Spiel macht grad richtig Laune Es ist halt wahnsinnig Tempo-reich Ein Hin und Her Ein munterer Schlagabtausch! Schade! Das ist unglaublich Unglaublich! Und schon Ah, ne Ich hab schon wieder davon Das ist bitter Schau mal, da ist halt ein Sekunde vor mir Und fliegt natürlich besser Das muss man ganz klar sagen Ähm, aber Es ist nicht beides Franzose Ja, auf jeden Fall spielen sie auch im Team Eine Ahnung, der eine ist auf jeden Fall ein Franzose Oder ein Kanadier Oh! Ja! Ja! Unglaublich! Hol ich mir? Kommt natürlich viel Das ist unglaublich Wie lächerlich Oh! Ich hab halt keinen Boost, Mann! Ja, das ist echt sein und das A und O Ja, das ist echt sein und das A und O Das ist äh... Das ist unverantwortlich von mir Das ist da vorne rumfahren ohne Boost Das muss man ehrlich sagen Das ist so Oh je, oh je Jetzt sind wir eingeschüchtert Habe ich schon wieder verkackt Ach, Mann! Machen wir das nicht so Ich glaub, wenn man jetzt das Spiel genau betrachtet Sieht man, dass nach dem Unnötigen 1-0 dann direkt das 2-0 kam Und dann war so ein bisschen der Teamgeist gebrochen Weil wir waren nicht so deutlich schlechter als das Ergebnis Nein, natürlich nicht, Alter Aber denen läuft es natürlich auch Ja, jetzt liefst du ihn ein paar mal rein Ja, aber das ist so typisch Rocket League Da liegst du 2-0 hinten Und dann ist irgendwie so Der Wurm drin Er rammt mich nur weg Ja, dafür kriegen sie jetzt ein richtig beschissenes Scheißtor Nein, nicht mal das Die typisch Franzosen Die äh... Ich bin kein... Oh nee Ich bin bis der andere Ami Weil alleine haben die Franzosen noch nie was gewonnen Guck mal, wie die die Tore machen Ah nee Haha, Pfeife Ja, machst du dir noch selber rein Ach ja Aber der wollte sich wieder neu wegraben Natürlich Boah, habt ihr denn euren Führerschein gemacht? Mehr machen sie nicht Erstmal durch Oh! Schade War gut Wie kann ich denn jetzt im äh... Im... Im Flug noch so einen Schuss machen? Woah Ähm... Du darfst dann beim Abspringen nur einmal A drücken Also wenn du hoch springst einmal A Dann B nach hinten Und dann nach A und nach vorne Okay Und ähm... Du darfst zusätzlich auch nicht zu lange in der Luft sein Wenn du schon zu lange in der Luft bist Kannst du diesen Vorwärts-Doppelsprung nicht mehr machen Deswegen springen ja wie gesagt viele Dann von der Wand ab und so Aber... Dem bin ich auch Keineswegs mächtig Verkacken sie Schön Na ja, er blockt wieder Ja Bringen wir mal rein Einfach hochfahren Ja gut Oh, holt er sich runter Von rein Boah! Hätte ich müssen vorher dran fahren Aber fliegen können sie schon gut Na ja Ja, das müssen wir sagen Ja, das müssen wir sagen Das ist auch mein Lämmt auf jeden Fall Ah, wir händen das, wir händen das Oh Oh, kommt nochmal glaub ich Unglaublich Ja meine Freunde, das nennt ich dann Da kriegen wir die Hütte voll du Die Hütte voll kriegen Ich glaub die Folge, die wird nie veröffentlicht Ne, ne, ne Wir lassen schon hier die Community an unserem Unvermögen auch teilhaben Sollen ja in guten wie in schlechten Zeiten Bitte? Da das Siebon nicht dabei ist, können wir das ruhig mal lassen Beim Siebon wär die natürlich nicht rausgekommen Die wär nicht rausgekommen Natürlich, wenn ich 15 Tore gemacht... ne das lassen wir So Wir haben ja gesehen, ja ihr habt gesehen, so kann es auch gehen Aber wir haben uns ja auch wirklich, wir sind ja uns an was neuem Rand trauen Wir sind so duo, äh ich platin 3 Mal denn noch bei Gold Wir müssen das ja ein bisschen angleichen Ich seh da ne Zukunft drin Aber wir haben ja der Community versprochen Du reißt noch deine Kiste auf Also gut, dann reiß ich mal noch meine, meine Champion Ah nein, Overdrive Kiste ist es Ey, ich sag's euch, ich sag's euch, wenn der was Rotes rauszieht Dann schlag ich hier alles Das ist doch nicht so cool, weil den hab ich ja schon Dann schlag ich... ach die hast du schon Ach so die hast du schon, oh Ich schlag... ich sag dir, ich schlag hier... Das Ding rollt Ich schlag hier alles zusammen, ich sag's dir, ich schlag alles zusammen Oh komm schon, gib mir was Rotes Nein, 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 nix los, nix los Nix Rotes Ah! Oh, oh! Was? Nein! Ah! Einen halben Zentimeter weiter Ja, aber manchmal ist es der halbe Zentimeter eben Also ihr müsstet mich jetzt grad sehen Wenn ich irgendwann mal die Facecam hab, würdet ihr mir Grinsen im Gesicht sehen Ah, so ein Trigger du Sehr schön Dann war das heute eine durch und durch wenig erfolgreiche Folge Und damit... Man kann nicht alle Tage gewinnen Man kann nicht alles haben Wir werden das nächste Mal wieder versuchen alles zu geben Bis dann! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!